Ja, Servus und grüßt euch, meine lieben Angelkollegen, Angelfreunde und Fischfreunde. Das ist Fishing Planet, the Ultimate Fishing Simulator, the Fisherman, Part 53. Heute geht es an den White Moose Lake, ihr seht es schon nach Alberta. Ich wollte nochmal gucken, was ist die beste Zeit, okay, 13 Uhr, können wir gleich vorspulen. Und ich habe auch neues Angelequipment dabei, unter anderem den Routenständer, den mir der Gabriel empfohlen hat. Da geht nämlich auch auf Stegen. Und hier gibt es, was gibt es denn hier, weiße Saukarpfen, die sehen ja sehr interessant aus, die Kollegen. Marshmallows, Gießkugel, okay. Amerikanischer Flussbarsch, okay, der ist ja häufiger irgendwo, der amerikanische Hecht auch, alle beide hier, ein Trophäe. Ui, amerikanischer Seeseibling, gibt es einzigartig, uh, die können groß werden. Ich sehe hier eine Zahl, 10 Kilo und, uh, einzelne bis 20 Kilo. Atlantischer Lachs, Bachsäbling, Heringsmeräne, Heringsmaräne. Uh, was ist das denn, Heringsmaräne? Fliegeneintagsfliegen, Heuschrecke. Das hört sich schon ein bisschen salzwasermäßig an. Okay, der Körbiskämpersch, das ist auch überall. Oh, geil, Quappen, in einzigartig sogar. Kleiner Schüttköder. Uh, die will ich doch mal gleich besuchen hier. Quappe, Quappe, Quappe. Der Splake, oh, der sieht auch geil aus, gibt es auch in einzigartig. Wird auch nicht so klein. 5 Kilo und, äh, manche Exemplare bis 9. Kleine Ritzen, die meisten mögen alle kleine Ritzen hier. Also da drauf beißen ziemlich viele. Vielleicht wieder der beste Köder hier. Naja, ist ja wurscht, meine Freunde. Ich habe hier die ganz normale Spinnangel. So, und jetzt kommt der Clou. Mir ist das gar nicht aufgefallen, weil ich ja noch am Tiber war, während der Patch 1.08 rausgekommen ist. Mega geil, Leute. Jetzt kann man hier Vorfächer davor schalten. Ich habe an dieser Spinnrute hier einen Fluorcarbonvorfach. Das stärkste, was ich so gut bekommen habe. Eine 0.3er. Äh, verwende ich persönlich auch sehr gerne. Äh, nicht unbedingt hechtsicher. Kann aber hechtsicher sein. Ähm, dann habe ich hier auch noch, das muss ich noch kürzen, genau. Ach nee, das muss ich nicht kürzen. Das ist auf der Postenrute. Da habe ich ganz normales Monoforfach davor geschalten. Klare Sache. Und hier ist eine neue Route. Und zwar die Big Alley 390. Die hatte ich in meinem alten Let's Play schon mal. Eine mega geile Angel. Nochmal ein bisschen stärker. Neue Spule habe ich mir auch gleich zugekauft. Wir sind nämlich mit 20.000 Ocken heimgegangen vom Tiber. So, hier habe ich jetzt mal, ich glaube es war ein Stahlverfach davor gewickelt. Damit will ich auf die Großen hier gehen. Ne, hier ist ein Stahlverfach davor, genau. Das ist nämlich die neue Spinnrute hier. Tja, da kommen sehr schwere Köder da dran. Die Route war mit in diesen Vorbesteller Pack, DLC, Day One, DLC dabei von The Fisherman. Ja, und würde ich sagen, probieren wir es doch gleich mal aus, Leute, oder? So, und da seht ihr meine Routentasche. Vier Routen gehen rein. Der Kescher, ja, gibt es immer noch keinen guten. Und er ist mittlerweile schon bei 54%. Also, ich hoffe nicht, dass er sonst irgendwann kaputt geht. Kostet, das Reparieren waren glaube ich 97 Coins oder sowas. Die kriegen wir bis dahin wahrscheinlich noch zusammen. Ich weiß halt noch nicht, ob sich das dann lohnt. Für 97 Coins einen Kescher zu reparieren. Ja, aber nicht so lange schnacken. Wir wollen ja anhellen, ist doch klar. So, erkunden wir mal die ganze Ecke hier. Sehr kalt, ihr habt es gesehen. Minus ein Grad. So, Schluck Kaffee, ist klar. Mh, lecker. Weißen Elchs Wegbereiter. Erkunden Sie den weißen Elchsee. Okay, White Moose, ja stimmt. Das ist ja das Wort für Elch. Oh, der Schnee ist aber laut. Oh, ho, ho. Leute. Die sind doch Styroporkugeln und kein Schnee. So. Halten Sie einen einzelnen Routenständer. Ich will erst mal gucken. So, da drüben brennt das Leuchtfeuer von Minas Tirith. Hier das Leuchtfeuer von Rohan. Okay. Oh, geil. Ich will zu der Hütte. Die Hütte sieht geil aus. Lasst uns heute gehen. Und da vorne ist auch ein Steg. Da können wir das nämlich auch mal mit den Routenständer ausprobieren. Wollen wir laufen? Ja gut, das ist immer noch Weg. Aber gut, keine Erde, gell? Ist auch Holz. Oh, das sieht ja schön hier aus, Leute. Das sieht ja schön aus. So, erst mal Sponfire anzünden. Oh, nee. Die Szene verbrannt. Erst mal Sponfire anzünden hier. Zack. Ach. Guck mal. Welchen der Halloween hier. Dreieck zum Interagieren. Wie? 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 Belohnung. Kiefer. Aha. Okay. Ach, das sind diese Halloween-Missionen. Ja, ich habe verstanden. Schleife. Oh, so, ausgegangen. Sieht jetzt beide aus, ne toll? So, da steht mein Boot. Boot können wir hier benutzen. Aber wie gesagt, ich will hier allround vom Steg. Oh. Das sieht aber geil hier aus. Das gefällt mir richtig gut, Leute. So. Und da können wir nämlich unsere Routen... Das geht, weiß Gott. Danke, Gabriel. Geil. So, ich stelle das Ding mal hier so auf die Ecke. Das ist aber natürlich einer mit Piepern. Das ist klar. So, ich werde jetzt hier die riesengroße Rute mal austesten. Da habe ich einen ganz schön großen Medium-Spoon dran. Ihr seht es schon. 42 Gramm, 4 Nuller. Ich weiß nicht, ob die den hier mögen. Ich komme jetzt auch nicht ultra weit. Also da könnte ruhig noch was Größeres dran. Aber... Ich möchte es auf jeden Fall mal versuchen. Oh, geil. Das ist ja schon fast eine Hochseeangel. Das Ding hält richtig was aus, Leute. So, ich lege die auch mal kurz ab. Ach nee, der piept nicht. Oh, das ist ja schön, dass der nicht piept. Ist doch immer nur äller so. Unsere Big Alley. Die Ritzen sind dran. 1 Nuller Haken. Damit will ich aber auf was Größeres gehen. Deswegen schmeiße ich hier mal... ...wenigstens... ...erst mal einen 2 Nuller Haken. Können wir schon mal dran schmeißen, würde ich sagen. Ja. Die sollte jetzt auch einiges abkönnen. Gerade durch das... ...etwas dickere Vorfach auch noch. So, da haben wir mal hier zum Leuchtfeuer. Schön weit raus. Und zack, rein. Immer schöne Nein, das gute Stück. Ähm, ja. Trifft ja auch so vieles zu, gell? Ihr wisst's. So. Oh, oh. Das ist aber... Ho, ho, ho. Junge. 18,8 Meter. Habt ihr nicht mehr alle Latten am Zaun? Das ist ja... Das ist natürlich richtig fett. Meine Fresse. Oh, die steht hier sogar richtig... Guck an. Steht hier richtig vertikal drauf. Das sieht ja nice aus. Gut, ähm... Ah, was? Wie jetzt? Habt ihr Rad ab jetzt schon? Oh, da ist auch gleich was dran. Geil. Obwohl ich noch nicht mal die Zeit vorgespult habe. Ich wollte eigentlich erst mal... 13 Uhr vor spulen. Minus sieben Grad. Da hab ich mich ja verguckt. Ich dachte, minus ein. Ha, sind echt minus sieben. Uh. Und es scheint schon gar kein so kleiner Kollege zu sein hier. Bin ich mal gespannt, was unser erster Fisch hier ist. Könnte fast alles von den Forellen sein. Bis auf... War das das Plague oder irgendeiner wollte... Ja doch, da war auch glaube ich die Eritze dabei. Aber ganz unten in der Nahrungsaufnahme. Also in der Kette der bevorzugten Köder. Und Leute, das ist ja geil mit dem Patch 1.08. Was ist da alles für neues Zeug gehabt? Es gibt da jetzt auch Texas Rig, Carolina Rig, die ganzen Vorfächer. Andere Bleie. Also natürlich für das Carolina Rig und sowas. Diese Bullet... Diese Kugelbleie da. Pistolenbleie. Das ist ja richtig geil. Finde ich richtig gut. Uh. Leute. Also ich schätze mal 5, 6 Kilo aufwärts. Vielleicht auch noch sogar mehr. Die Angel ist ja besser als unsere Laker. Vielleicht sind es sogar 8, 9 Kilo schon. Aber ich will mal hier nicht zu hoch greifen. Aber da windet sich was. Oh, das ist... Das ist nichts kleines. Ah. Gleich eine Trophäe. Was ist das denn? Amerikanischer Seesaibling. Ach du liebe Güte. 9,998 Kilo. Da lag ich doch gar nicht so schlecht. 100 Zentimeter. Also fast Meter lang. Da gibt es 2000. Und wir kriegen auch... Oh. Richtig viele XP. Oh. Ist das ein Prüchel. Oh. Da kriegst du gar nicht so eine Pfanne. Tja. Da müssen wir dich zerteilen. So. Du kommst mit. Geil Leute. Geil. Ja. Ah ne. Kann ich jetzt noch vorspulen. Ah. Die Route ist im Wasser. Ach komm. Wir haben zwei Tage hier. Raus das Stück. So. Dann werde ich die andere... Oh. Das ist echt schwer. Das ist natürlich schon krass. Aber egal. Ich lege dir jetzt mal ab. In Vertrauen, dass hier nichts schief läuft. Und nehme. So gute alte Nero. Die aber jetzt auch ein bisschen besser ist. Weil das Vorfach ein bisschen stärker ist. Ähm. Und da hängen wir dran. Da hängen wir dran. Wo haben wir denn den? War das kleiner oder mittlerer Schnittköder? Ich mach mal klein dran. So. Und was ist denn hier los? Jetzt hat sich mein Handy neu gestartet. Sag mal. Tickst du nicht mal richtig? So. Das haue ich mal hier. Mal gucken. Ob es hier auch so tief ist. Oder... Ich habe sie immer noch auf 2,50 Meter eingestellt. Wenn ich mich da nicht täusche. Ja. 30 Meter kommen wir nur raus. Das ist natürlich nichts. Gar nichts. Aber der Köder lässt sich einigermaßen führen. Ich habe auch noch mir einen neuen... Neuen Wobbler gekauft. Recht großen. Ich glaube der hat... Gut. Wir können auch die andere Route nochmal nehmen. Das ist ja jetzt nicht das Thema. Alles kein Ding. Alles kein Ding. Ich kann ja mal gucken. Aber ich glaube was schweres habe ich hier nicht dabei. Ne. Hier ist der Handstrung. Ich hatte hier den 18 Gramm. Hatte ich mir einen Jerkbait. Genau. Den hatte ich mir auch noch gekauft. Ah. Sind schon geile Sachen dabei. Es klingelt. Ist doch schon wieder was da. Na gut. Diesmal. Auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Aber das soll der guten Laune keinen Abbruch tun. Weil. Hier gibt es noch so viele geile Fische. Und es gibt ja eh wieder diese Mission. Was man hier was schönes, großes fangen müssen. Und ich glaube es gab eine Mission mit diesen Forellen generell. Das wäre hier. Ich glaube das könnte sogar das Seesaibling gewesen sein. Dass da über 5 Kilo sein müssen. Und wenn man jetzt so fast einen 10 Kilo Fisch gehabt haben. Dann haben wir diesen Teil Erfolg jetzt auch schon zu vermelden. Das ist geil. Ja. Da breit mir doch einer einen Storch. So. Aber an der Pose tut sich doch gar nichts. Okay. Die Kollegen. Oh. 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 Aber ich glaube stärker kann ich es nicht stellen. Ich wollte hier noch eine dickere Schnur drauf ballern. Weil ich noch eine Nummer größer habe. Ich glaube jetzt sitzt die 0,3er Fluor Carbon drauf. Oder 0,3,5. Aber ich hatte noch irgendwo eine 0,4er Fluor. Aber die war schon wieder zu dick für die Rute hier. Oh. Zieh doch nochmal ab. Das gibt es doch nicht. So. Ich will mal probieren. Oh. 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 Nicht doch jetzt. Ich leg die Rute auch noch ab. da kenne ich nicht nur um den anderen mal kurz dran zu haben haben 27 meter ich lege ab so erst mal haken so gehakt ist er das ist das problem leute aber das ist ein schönes problem ein luxus problem was haben wir denn hier noch mal so ein hund aber warum da jetzt so schwer zu holen das verstehe ich nicht so ganz warum der zu schwer zu holen war war ja gar nicht so schwer was haben wir hier diese niedlich was für geile maserung guck dich das mal ein jetzt wird sie gerade aus dem ira kommen vom ton her sieht die geil aus würde ich gerne ein echt mal fangen würde ich gerne echt mal fangen ganz kleines exemplar aber hübsch so also waren die irgendwo hier dann gleich noch mal raus geledert das ding sind wo die sich aufhalten könnte ich auch gerne noch mal nachlesen warum das jetzt so lange gedauert hat hier raus zu holen verstehe ich jetzt nicht ganz stehe ich jetzt nicht ganz so wir wollen jetzt mal hier rinder sagen wir mal ist das da hinten ist es da hinten heiß sieht aus oder da hinten als würde eine eisschicht beginn um das ist ja noch tiefer hier wie weit warst du 18 meter glaube ich das tiefste bisher 20 meter der brachiosaurus 9 9 meter meine güte leute das ist ja richtig geil hier macht mega laune so die guerilla case dann hatte ich mir auch noch das kann ich auch mal zeigen ein paar neue gummiköhre gekauft da habe ich den nicht mitgenommen ok habe ich nicht mit das gab es auch ein paar neue so zitterschwänze und sowas ich habe auch manchmal zitterschwanz wenn ich aus kaltem rauskommt 9 abbrechen so wie weit kommt man denn mit denen ja auch nicht sonderlich weiter probieren geht über studieren sage ich sehr schön gucken wir doch mal da vielleicht aber ich weiß nicht ob die hier überhaupt an der oberfläche rumlungern das kann ich mir bald nicht vorstellen aber bei den temperaturen werden die doch eher in der tiefe sitzen das leuchtet mir schon ein weil wenn es da vielleicht vier grad sind nur drei grad wasser ist das wesentlich angenehmer als minus sieben oder als diese kälte an der oberfläche und außerdem ist das wasser dort unten vielleicht noch ein paar steine oder was wo sie sich noch ein bisschen irgendwo dahinter stellen können aber ich meine die sind ja auch gewöhnt ich weiß auch gar nicht ob es hier überhaupt welche gibt die die medium spoon sich einverleiben er ist natürlich auch sehr schwer muss man natürlich dazu sagen und hat natürlich einen fetten fetten haken das ist so ein kleiner spritzer sollte da theoretisch nicht rangehen ich kann auf die zweite stufe stellen ich kann auf die zweite stufe stellen ha 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 guckt euch mal an wie das ding sich biegt da hätte ich jetzt fast einen hermann gemacht jetzt wo ich das weiß wollte ich eigentlich auch noch mal die anderen routen kontrolliert hier ist es umso wichtiger umso größer die fische umso wichtiger dass man das dann immer schön wieder nach unten stellt nach dem drill ich werde sie hier auf eins stellen jetzt wo ich das weiß aber wir kriegen den kollege raus den kriegt man raus haben wir gleich gleich ist er da schon nie komm her der leiert und leiert und leiert jetzt haben wir ihn wieder sind sie saibling fünf kilo oder fast fünf kilo die scheinen ja sehr stark vertreten zu sein die kollegen aber die geben gutes geld gute xp also da will ich mich mal gar nicht beschweren jetzt will ich aber noch mal kontrolle auf die zwei ist gut ich will jetzt aber mal was auf drei meter geht die jetzt statt 250 liegt das auch am patch kann schon sein ich gehe jetzt hier mal auf 1 auf 1 wenn das hier so tief ist ich meine da muss doch was bei rum kommen war aber ich wurde erst mal raus genau ich spüre jetzt die zeit mal vor leute damit wir vielleicht noch eine bessere bis zeit hier erwischen auch neue tiere die herum sprattern ja alles konnten sie natürlich noch nicht patchen also so kleine freezes habe ich immer noch aber alles noch in einem ertragbaren raben so 13 uhr das sieht ja herrlich aus so ich baue das ding mal hier drin oder spriezels nehme ich die ganze zeit woher noch ein stück schon kommen ja gucken da ist es vielleicht dann auch nicht ganz so tief aber da hinten sehe ich doch noch halloween kürbisse ich habe mich getäuscht ich will nichts gesagt haben es ist auch verdammt tief ok hier gibt es ja auch diese mini töbelchen barsche brauchen nicht unbedingt aber quappen ich will quappen sehen ich wollte ja mal hier vorne probieren ich komme nicht zu weit mal nicht so tief eingestellt so hinten hat es ja schon mal funktioniert mit der rote ich gucke auch hier auch in die ecke weil die andere höre ich so schön auf der 1 gestellt also der see saibling mag also so roten medium spoon hier hat er sich voll genommen da war auch schon wieder oder der andere was losgelassen das können wir nicht sein schade der war auch schon dran hat schon mit dem kopf hin und her geschlagen aber dadurch hat er sich wahrscheinlich aber doch gelöst an der pose tut sich was jup also 1,50 glaube ich hatte ich eingestellt ging schneller als vorhin bei drei metern oder zwei irgendwas jup jup raus wieder was kleines aber ich glaube den schnittköder mögen ja auch nicht so viele also wird man damit ja auch wieder eine kleine quappe weiß gar nicht wie groß die werden können aber das funktioniert hier schon mal das funktioniert schon mal das gefällt mir vielleicht ist ja auch noch mal das ein oder andere größere tierchen dabei würde mich natürlich sehr freuen ja das passt die feuer brennen immer noch Leute und keiner kommt zu Hilfe kein Aragorn kein Frodo kein Sam kein Gandalf kein Legolas kein Gimli keiner nischt die trinken alle im tänzelten Pony ein oh ist das nicht ein Bild ha ist das nicht ein Bild herrlich so ich will jetzt auch mal ich muss die pose nur ein bisschen im blick behalten da hinten da hinten da hingen da sitzt der große Onkel so weiter kommen wir nicht weiter kommen wir nicht das steht fest da komm die absink phase ist immer eine gute phase oh an der pose wird schon wieder gespielt ja da haben wir es schon also da kommen sie stehen die quappen ein bisschen höher wo es ja auch gründelnde fische sind ja auf jeden fall ist die frequenz besser kann natürlich jetzt auch einfach an der zeit liegen auch recht fix geben aber jetzt auch nicht allzu wenig geld also vielleicht sind die hier so an der steinkante vielleicht wohnt die dort die kollegen wer weiß das schon aber an der Grundruder ist still ist zu still für meinen geschmack werde ich gleich mal kontrollieren ich kann ja auch mal wenn man die nächste quappe gefangen hat mache ich mir mal vorne eine fliege dran gibt es da noch andere schöne forellenarten hier der Seesaibling glaube ich was war denn das plague genau da haben wir ja auch noch diesen karpfen der saugkarpfen wenn ich das schon wieder höre karpfen dann kriege ich schon wieder ein bisschen angst ihr wisst mit den habe ich es immer nicht so das ist immer so der endgegner für mich so ich hau hier mal raus ja der war gut der war sehr gut so nehme ich immer die Grundruder nicht da ich werfe mal hinten nochmal richtig Richtung Eis wenn das Eis ist ihr könnt es mir gerne mal in die Kommis schreiben ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben wie das aussieht mit dem Patch ob ihr da wisst was der alles noch so gemacht hat weil im update verlauf steht ja nur bug fix drin aber das müssen noch andere sachen gewesen sein also da muss noch was anderes dazu gekommen sein wenn ihr da mehr wisst als ich auf jeden fall ab in die Kommentare damit so und an der Pose war gerade was ist aber dann doch wieder weg sehe ich das richtig aber hier nachts geht bestimmt auch gut wenn ich mir gut vorstellen dass die nacht hier richtig ausrasten jetzt ist was an der Posenruder da wollte ich ja eh dann mal umswitchen auf Eintagsfliege oder normale Fliege da müssen wir mal schauen da müssen wir mal schauen und zack da ist doch was kleines dran wieder eine kleine Zelle na na könnte ein bisschen mehr sein sogar schon vielleicht unsere größte Quappe ich bin mir nicht sicher oh das zieht aber die zieht gut durch du komm schon so jetzt aber ja noch noch wer zu sich wenn sie die Quappe ist ich habe langsam das Gefühl es ist was anderes aber ich bin mir nicht sicher leute ich bin mir nicht sicher ho 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 klar wir haben ja die kleine route ja auch personal best 73 cm 3,2 kilo 716 raketen leute damit würde ich erstmal belassen ein kleiner kurzer knackiger part hier in alberta wunderschön hier wir sehen uns auf jeden fall noch mal wieder hier ich finde sie geil und ich liebe die quappen ich hoffe euch hat das video gefallen leichter lassen abonnieren macht's gut ciao